Peace Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von unseren Top 5 Latest Pickups, heute mit Spera Elbasta. Leute wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich 2018 ein Video hochgeladen habe vom Rapper mit dem besten Style. Und meiner Meinung nach war das Spera Elbasta und das gleiche habe ich auch auf Instagram schon mal gesagt. Weil ich einfach fand, dass er geistkrank underrated war und mittlerweile kenne ich ihn immer mehr. Es ist ein Rapper aus Italien, er hat mir seinen Part geschickt, leider auf Italienisch, deswegen werden Untertitel eingeblendet. Wir haben auf Instagram geschrieben, ich habe ihm auch schon Peso Sachen zugesendet und ja, jetzt ist es tatsächlich zu einem gemeinsamen Video gekommen. Und auch da hat er Peso an, das freut mich natürlich umso mehr. Sehr, sehr korrekter Typ, wirklich auch sehr bodenständig und mich freut auch nochmal, dass er hier dabei ist. Auch wenn wahrscheinlich nicht jeder von uns was mit italienischem Rap anfangen kann, also ich verstehe auch nichts davon. Aber ich finde einfach sein Style und seine Attitude sehr cool, deswegen freut es mich, dass er hier dabei ist. Und da war die Peso-Kollektion Project Worldwide wohl doch gar nicht so falsch, nachdem AJ Tracy und Spera jetzt hier dabei waren. Wir fangen an mit Produkt Nummer 1, sonst bin ich eigentlich immer derjenige, der dieses professionelles Equipment in den Videos hat. Heute hat Spera mich tatsächlich übertrumpft, seid sehr gespannt. Weil sonst nehmen die Rappers immer mit Handy auf, wie ich denen das sage, aber Spera war sehr, sehr motiviert. Sehr, sehr korrekt. Wir haben hier einen Karton von Katje. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden es schon gesehen haben. Und zwar habe ich mir eine neue Brille gekauft bei City Optik aus. Der hat auf seiner Webseite einen neuen Customizer und da habe ich mir eine Brille anfertigen lassen. Könnt ihr by the way auch machen. Mit einem Fade, der ist Money Green, also von grün nach weiß dann. Und es ist keine normale Kartierbrille mit diesem großen C hier an der Seite, also diesen Zweihalterungen, sondern ich habe auch noch zwölf Diamanten einfassen lassen. Das Ganze sind 0,7 Karat brillanten VBS-F, hat er mir gesagt. Und ja, das ist die Brille und ich denke, ich kann sie eigentlich auch direkt mal anziehen, damit ihr sie getragen seht. Ja Leute, das ist die Brille. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Unfassbar nice Style, natürlich auch sehr auffällig. Aber falls mal ein dezenterer Anlass sein muss, habe ich natürlich noch meine normale von Jacques Marimage. Als zweites, bevor wir dann zu einer Uhr kommen, die ich mir tatsächlich auch noch relativ spontan gekauft habe, kommen wir zu einem Schuh, den ich mir in dem Sneaker-Shopping gekauft habe. Und zwar ist das der Adidas Yeezy 700 V3, Asael heißt der, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, deswegen liegt das Wort nicht auf die Goldwaage. Ich denke aber, es war eigentlich richtig. Das ist der Schuh. Ich war immer zu geil, es mir den zu kaufen, weil der auch unnormal teuer geworden ist. Aber mittlerweile fand ich ihn eigentlich so geil, dass ich gedacht habe, ey, ich brauche den auf jeden Fall in meiner Sammlung. Und deswegen habe ich mir den geholt. Ein sehr, sehr nicer Schuh. Und ich bin sehr, sehr froh, wirklich, dass ich den jetzt in meinem Besitz habe. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir nochmal unbedingt Yeezys holen würde. Jetzt habe ich direkt zwei davon geholt. Ach komm, ich zähle die jetzt einfach mal hier zu, damit ihr auch noch den anderen Colorway seht, weil sonst dauert das ewig. Der andere Colorway ist auch sehr nice. So sieht der andere Colorway aus. Das ist der gleiche Schuh, nur in blau. Also das beides zählt als mein zweiter Pickup. Kommen wir dann jetzt zu einer Uhr, die ich mir gekauft habe. Und zwar war ich bei Marc und habe diese Uhr hier gesehen und habe gedacht, alter, die ist so nice. Die hat mir bei OZ schon sehr gut gefallen. Ich war ja in Zürich und da waren wir auch mit OZ unterwegs und er hatte diese Uhr hier an. Deswegen man muss natürlich auch Shoutouts geben. Es ist nicht meine Idee gewesen, sondern ich habe sie, wie gesagt, bei ihm gesehen und fand die Uhr sehr, sehr nice. Und dann habe ich mir sie tatsächlich auch geholt. Es ist eine Jacob & Co. Five Time Zone mit einer Ice Out Lunette, also Ice Out Bezel. Und was ist besonders an der Uhr? Five Time Zone heißt, man sieht in der Mitte unsere jetzige Zeit. Oben links sieht man New York, oben rechts L.A., unten links Paris und unten rechts Tokio. Und du kannst natürlich Uhrzeit einstellen, welche du willst. Also ich kann es zum Beispiel auch auf Istanbul stellen oder so, wenn wir da bei der Produktion sind oder sonst was. Das ist eine sehr praktische Uhr. Und die hat ein schwarzes Lederband. Das finde ich nicht ganz so nice. Ich bekomme ein weißes und ein dunkelblaues Kautschukband noch dazu, das ich ein bisschen jugendlicher und sportlicher finde. Deswegen passt das ganz gut dann dazu. Und die Diamanten sind by the way Factory Set. Also die waren schon bei der Uhr dabei und wurden nicht nachträglich eingepasst. Deswegen sind das auch VVS bis Lupenreine Steine. Also Marc meinte, eins von beiden ist das safe, weil Jacob & Co. nur die feinsten Steine sind. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Uhr hier erwerben durfte. Kommen wir dann zu einer Hose, die ich mir gekauft habe. Die ist von A Few Good Kids. Sfera hat zufälligerweise auch eine Jacke von denen gleich in seinem Part. Die Hose habe ich mir zusammen mit der Endless Jeans gekauft. Die lag hier immer rum. Ich bin nie dazu gekommen, die zu kaufen. Also die liegt wirklich schon seit anderthalb Monaten hier. Und jetzt hatte ich sie auf dem Instagram-Bild an, wo ich auch diese Brille anhatte. Ich zeige es euch einfach mal kurz. So sah das Ganze aus. Ich finde es sehr cool. Die meisten auch, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ey, eine Lederhose fühle ich jetzt nicht. Kann ich verstehen. Aber man muss natürlich auch mal was wagen an meiner Stelle. Das Ganze ist mit einer Krokodilleder-Optik. Optik. Kein Krokodil ist dafür draufgegangen. Also es ist Fake-Leder. Keine Angst. Und ja, das ist die Hose. Die hat einen relativ normalen Fit. Ein bisschen enger zulaufend. Und das finde ich passt aber auch ganz gut dazu. Nicht sonderlich krasse Qualität. Ist jetzt eh auch nichts, was man jeden Tag anzieht. Aber ich fand diesen Look einfach unfassbar nice. Und deswegen habe ich mir die geholt. Mein vorletzter Pickup. Also eine Krokodilleder-Fake-Krokodilleder-Hose von A Few Good Kids. Kommen wir zu guter Letzt zu einem weiteren Sneaker aus dem Sneaker-Shopping. Und zwar habe ich mir den Off-White Jordan 5er geholt. Den ich auch auf dem Bild hier, by the way, anhatte. Alles für das Bild verpasst. Aber ich habe gedacht, das sind meine sehr, sehr nice Lieblings-Pickups. Und deswegen zeige ich sie hier im Video. By the way, habe ich da den Gallery-Partner-Högi an. Ich habe ihn gehatet für die Qualität. Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es eine coole Farbe. Cooles Design. Hat sehr gut zum Outfit gepasst. Deswegen habe ich ihn auch da an. Jordan 5 Off-White Creme-Weiß mit gelben Details. Hier eine 23. Hier ein Nike Air. Und dann hier nochmal diese Off-White-Schriftzüge, die sowieso immer drauf sind. So sieht der aus. Da sind auch noch schwarze und rote Laces bei. Das ist der Schuh. Und der wird jetzt natürlich regelmäßig von mir getragen. Das waren meine 5 Lates-Pickups. Jetzt ist Sfera an der Reihe. Viel Spaß. Und natürlich immer schön auf die Untertitel achten. Was's up Germany. Was's up Justin. This is Sfera Buster from Italy. Let's go. Ich habe euch ein paar Gioielles. Da sehen wir. Ein paar Oreläge. Odemar. Jacobs. Ein paar Oreläge. Odemar. Odemar ist mein Liebster. Wenn ich dir die Wahrheit bin. Hier habe ich noch einen. Ein ganz spezielles von Dolce & Gabbana. Ein oro-Giall. Und mit pieträ. Danke Stefano. Danke Domenico. Wir haben diese. Wir haben diese. Das ist die Kroche realisiert von Rissevilab. In collaboration mit Romero Britto. Eine Kroche diseinata apposta für mich. Da Romero Britto. Bella Romero We have ein paar Annelli Orecchini William Westwood Bracciali Cupido Chain Millionaire Money Gang Collane Diciamo tutti i giusti accessori Per rendere unici Gli outfit che sto per farti vedere Partiamo da Questo Allora partiamo dalle scarpe Scarpe Ho scelto Jordan 1 Bread Le ho prese nel Non mi ricordo Penso nel 2017 2018 Come puoi vedere le condizioni sono ancora Ottime Mi piace abbinare con questi jeans Chrome Hearts Con delle croci rosse Abbinate alle scarpe Sul dietro e sul davanti Maglietta Total White Chrome Hearts E anche per la felpa La prima felpa di Chrome Hearts Che ho comprato Insieme a quella nera bianca A Los Angeles Quindi per il primo outfit Andrei di jeans Chrome Hearts Chrome Hearts sopra E Jordan sotto E questo è il mio primo outfit Quello che indosso in questo momento Invece È una delle tue magliette Justin Bella Grazie Pantaloni Alchemist Scarpe Non so se si vedono Jordan 5 Ora non mi ricordo il nome di questo modello Ma È la prima volta che le metto Elevate Non lo so Molto belle Prada Bucket Secondo outfit Che voglio farvi vedere Sempre partendo dalle scarpe Dior B22 Che sono le mie scarpe preferite No competition Sopra Abbiamo un cappellino Capital Giappone Maglietta Gallery Department Con la colorazione Arco Balero E per i pantaloni Ho pensato anche qua Gallery Department Sempre con questi schizzi Che riprendono anche un po' Il colore del cappellino Come ultimo outfit Ho pensato di portare Un pantalone di pelle Di Rick Owens Molto stretto Pelle nera Semplice Rick Owens Secondo me È il migliore A fare i pantaloni di pelle Quindi Raccomando Abbinato Alle Air Force 1 Per Alyx Questa è un'esclusiva Uscita solamente in America Ma grazie agli Innumerevoli Innumerevoli Plug Siamo riusciti a recuperarle Quindi Air Force Alex Sopra Un bel cappellino nero Chrome Hearts Questo giacchetto Collegiale Di questo brand Emergente Americano E' un bel cappellino nero Wenn ihr als nächstes Sehen wollt Vielleicht Worldwide Mäßig Und dann lasst mir gerne ein Like Da wenn es euch gefallen hat Und wir sehen uns dann morgen wieder Macht's gut Leute Peace Peace